Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Immer gut gelaunt. Immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Mein Kollege, mein Podcast-Partner, Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Simon. Ja, heute Abend habe ich auch mal ein breites Grinsen. Da hast du sehr wohl recht. Ja, schön. Es ist Donnerstag. Eine Woche neigt sich dem Ende zu. Und da geht es einem doch einigermaßen gut. Wie ist es dir denn so? Ja, mir geht es auch gut. Gut. Also eigentlich sogar hervorragend, muss ich sagen. Kann nicht klagen derzeit. Es läuft so. Und man sollte ja auch, also ich bin ja in letzter Zeit bin ich, ich bin ein sehr dankbarer Mensch einfach. Weißt du, mir geht es gut. Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe was zu essen. Ich habe ein tolles Hobby. Diesen Podcast hier nämlich mit dir zusammen. Ich habe einen Job. Und was soll man sich da groß beschweren eigentlich? Also mir persönlich geht es gut. Ja. Das war toll. Nein, das ist schon schön. Dinge, für die wir dankbar sind. Man könnte meinen, es wäre schon Oktober oder so. Und wir müssen sitzen alle bei Erntedank oder Weihnachten oder so. Ja, genau. Etwas Besinnlichkeit und so. Nein, im Ernst, mir geht es echt gut. Kann nicht klagen. Wie geht es dir? Habe ich dich gerade eigentlich schon, hast du eigentlich gerade schon verraten. Habe ich eigentlich gesagt. Genau, ja. Ja. Schön. Richtig. Ich habe mal zehn Euro bezahlt fürs Knöllchen die Tage. Ihr erinnert euch, ja. Das war so eine Fortsetzungsgeschichte von von A zu dem Zahn. Ich finde es ja ein bisschen lächerlich, dass man ein Knöllchen geschickt bekommt für 56 Stundenkilometer, wo 50 ist. Was? Ist ein bisschen lächerlich. Ja, das stimmt. Aber die haben bestimmt Toleranz abgezogen. Also in Wirklichkeit war es so 59 schnell. Ja. Was aber auch lächerlich ist. Ja, also zwischen 50 bis 60 oder sagen wir mal bis 61, 62 sollte man die Kirche vielleicht im Dorf lassen. Es sei denn, du warst in der 30er Zone unterwegs, dann war es ganz schön schnell. Nee, nee, 50, 50, 50. 50. Aber dafür waren heute wieder Kollegen unterwegs, wo ich dachte, bei denen würde ich mal wünschen, sie würden mal abdrücken. Also nicht abdrücken, sondern Fotos machen von denen. Naja, bei denen hätte sich das mal richtig gelohnt. Ja, das denke ich auch. Ich bin jetzt nun wirklich niemand, der so einen Regelfetischismus hat und der sagt, ja, alle sollen sich da super an alles halten oder so weiter. Das habe ich ja schon gesagt, bei sinnvollen Regeln macht das ja auch Sinn. Aber manchmal, da werde ich so richtig, da denke ich mir auf der Autobahn, Mensch, jetzt wäre ich gern Polizist. Jetzt würde ich gern einfach vor dir herfahren, hinten die Birne an, weißt du, und dich runterziehen von der Autobahn. Weil manche Leute fahren echt wie die besenkten Säue. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ja, na klar. Ich wollte nur auch eigentlich nochmal das Ende der großen Saga verraten. War eine schöne Geschichte. Ja. Also nicht so schön für dich, weil 10 Euro halt. Ja, 10 Euro. Aber 10 Euro ist ja gut. Das kann ja alles viel schlimmer sein. Hättest du ja Punkte kriegen können oder sowas. Ja. Ja, ja. Nee, so würde ich nie fahren. Also das ist ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Naja. Ja. Auch wenn du jemanden auf deinem Rücksitz hast, der am Verbluten ist und du musst irgendwie ganz schnell den, oder eine schwangere Frau. Ja, dann kriegst du ja keine Punkte. Ach so. Dann ist gut. Dann wird das irgendwie, im Nachhinein kannst du dann so eine Gegendarstellung kannst du machen. Dann kannst du Anhörungsbogen und Gedöns und alles machen und dann ist das schon in Ordnung. Also, ja. Stimmt. Okay. Ja gut, wenn es mal pläsiert, ne. Aber wenn du eine Gegendarstellung machst und sagst, ja, aber ich werde zu spät auf die Arbeit gekommen, das ist wahrscheinlich nicht so. Nee, nee, nee. Dann sagen sie, ach so. Ach so. Nee, wollen wir zur Tankstelle nochmal Bier kaufen. Ja, ich hatte sehr Durst. Ich hatte sehr Durst, genau. Nein, Quatsch. Ihr Lieben da draußen. Wir hoffen, also uns geht's gut, das habt ihr jetzt mitgekriegt. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Und wir haben natürlich wieder eine Episode mitgebracht. Die nächste, die folgt auf unserem langen Weg durch die, ja, kompletten Star Trek Serien. Wir sind bei The Next Generation. Wir sind bei Season 1 und wir sind bei der Folge, Sebastian. When the bow breaks. Heißt eine gute Folge. Und zu deutsch, die Sorge der Aldeaner. Die Sorge der Aldeaner, genau. Ich muss ja immer nach. Muss ich eigentlich mal kurz erklären, den Gag. Ja, mach mal. Ich habe einen Kollegen, der sagt immer, du kennst ja, wenn man so sagt, ey, Alter. Ja, sagt man ja so manchmal, Alter, ich habe da Sachen gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Alter, weißt du? Der sagt aber immer Alde. Und er schreibt auch Alde. Ich finde das total sympathisch, ja. Also schöne Grüße an den lieben Kollegen. Aber es ist halt irgendwie lustig, wenn man das laut sagt. Alde. 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 Und das Gute ist, mach das mal. Sag das mal zehnmal, es wird immer lustiger. Ja. Das ist eins dieser Worte. Ja, das stimmt. Alde. Mischung aus Alter und Alde, ja. Ich habe wirklich aus Versehen in einem Gespräch mit unserem Seniorchef einmal kurz auch so ein bekräftigendes Alter rausgehauen. Und ich dachte, oh. Aber er hat nicht hergehe. Der ist da auch entweder drüber weggegangen oder es war ihm egal oder was auch immer. Aber in dem Moment war es spaßig irgendwie. Ist ja relativ gebräuchlich, ne? So, das sind hier aber nicht die kumpelhaften Alten, ja, oder die komischen Alten, sondern das sind die Aldeaner. Ja, nicht verwechseln mit Aldeaner. Ne. Und die haben eine Sorge, Sebastian. In der Tat haben die eine Sorge, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber zuerst, wer hat uns das denn hier beschert? Ja, die Folge mit diesem, ich muss noch mal kurz auf den englischen Titel eingehen. Oh ja, sehr gerne. Das ist ja ein Zitat aus oder eine Textzeile aus einem Schlaflied. Ja. Schlafe, mein Kindchen. Schlafe, schlaf ein. Und wenn der Ast bricht, dann fällt nämlich die Wiege runter. Und wenn dieser Ast bricht, When the Bow Breaks, das ist hier der doch etwas lyrischere Titel als die Sorge der Aldeaner. Das ist der englische Titel nämlich. Und ich muss immer nachgucken, wie man Bau ausspricht. B-O-U-G-H. Weil Though schreibt man genauso T-H-O-U-G-H und man spricht es anders. Das heißt, nicht Bow. Eben. Weil Bow wäre der Bogen auch. Eben. Und der Onkel, der den Butler bei Batman gespielt hat, der heißt Michael Goff. Obwohl er sich G-O-U-G-H schreibt. Also die englische Sprache, die ist mindestens genauso verrückt wie die deutsche. Und weil ich mit diesen drei Aussprachemöglichkeiten immer verkomme, muss ich mir immer wirklich vor dieser Folge nochmal vor Augen führen, wie heißt die eigentlich. Das weiß ich nicht auswendig. Das ist wirklich interessant. Aber die italienische Sprache, Sebastian, die ist auch genauso seltsam. Ich habe ja vor ein paar Wochen, war ich mal in Italien, habe ein bisschen Italienisch kurz gemacht. Alle Sprachen sind irgendwie komisch. Die machen ganz komische Sachen mit Präpositionen und sowas. Ganz, ganz seltsam. Wenn der Ast riecht auf Italienisch, quando il ramo si spezza. Das wollte ich jetzt nochmal zur, ja ich habe es gerade gegoogelt. Sehr schön. Ach, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, Simon. Ja, komm, steil es raus. Nein, das ist drin. Hier, full transparency. Unsere Compliance-Regeln sehen das vor, dass das jetzt nicht rausgeschnitten wird. Also gut bin ich noch nicht. Ich kenne nur so ein bisschen was, kann ich. Aber du kannst ja unseren Intro-Musik-Text mal auf Italienisch einsprechen. Dann machen wir das so wie die Sendung mit der Maus. Und dann wiederholen, kommt erst der auf Deutsch, dann sagst du ihn auf Italienisch. Und dann sagt die Erzählerstimme, das war Italienisch. Italienisch, das kann ich mal versuchen. Wahrscheinlich total falsche Aussprache überall und sowas. Und die Italienisch-Könner unter unseren Zuhörern, die raufen sich dann ihre Haare. Also mal schauen, ob wir das machen. Mal gucken. Aber wir schweifen ab. Es geht natürlich um When the Bow Breaks. So. Und jetzt aber geschrieben hat es, ich sage es jetzt einfach mal, Hanna Louise Scherer. Ich weiß nicht, ob die was mit Harry Scherer zu tun hat. Prösterchen. Auf die Gesundheit. Oh, ist der gut. Ich trinke ein alkoholfreies Bier. Ich trinke ein Allgäuer Öko-Bier. Da ist Öko drin. Und Alkohol auch. Ja gut. Also ich habe gleich wieder einen am Brennen bei der Folge. Aber ich habe mir gedacht, das kann auch heute nicht schaden. So ein bisschen Pegel. Nein, Quatsch. Nee, aber die hat nichts mit Harry Scherer zu tun. Mit dem Synchronsprecher. Oder mit dem Schauspieler, besser gesagt. Der, glaube ich, dem Smithers. Nee, nicht Smithers. Doch, auch Smithers, oder? Ich weiß es nicht. Nee, nicht Smithers, sondern dem, wie heißt der? Der Nachbar. Der Angestellte von Smithers. Ja, Smithers ist doch der Angestellte. Mr. Burns ist der Schiff. Smithers ist der Angestellte. Ja, richtig. Ja, stimmt. So rum war es. Alter, verwilder. Ich habe es seit 20 Jahren nicht gesehen. Aldi. Aldi. Der spricht Smithers unter anderem, ja. Und auch, glaube ich, den Nachbarn. Ned Flanders. So ein richtiges Blackout. Ja, natürlich Ned Flanders. Ich habe viele Simpsons Folgen gesehen. Ich habe auch früher viele gesehen. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin kein, nein. Mein Sion ist kein Kommunist, ne? Nee, nee, gar nicht. Der ist zwar vielleicht ein Halunke, ein Pornostar und ein Kommunist, aber er ist kein, nee, wie ging der Gag nochmal? Ich weiß nicht, was der Opa Simpson sagt. Egal. Wir schweifen wirklich ab heute. Die Hannah und Luise. Ja. Die hat diverse Episoden geschrieben, nicht nur bei der Next Generation, sondern auch bei Deep Space Nine. Bei Deep Space Nine, ich glaube, Q-Less geht zum Beispiel auf sie. Da hat sie mitgearbeitet oder sowas. Die war Produzentin bei der ersten Staffel Night Rider, analogies She-Ra. Das fühlt sich gut. Finde ich auch gut. Super. Ja, ja. Ist eine Leistung auf jeden Fall. Und hier in der ersten Next Generation Staffel war sie Executive Story Editor. Und zwar angefangen mit dieser Folge bis zum Ende der Staffel. Danach ist sie gegangen oder wurde gegangen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das war ja sehr bewegt hinter den Kulissen bei der Next Generation. Richtig. Wir sagen jetzt nicht nochmal, welchen Film ihr euch dazu angucken solltet, weil das haben wir schon tausendmal gemacht. Hört euch einfach die alten Folgen an. Ja, gibt es sonst noch Vorbemerkungen oder wollen wir mal schauen, was denn jetzt die Sorge der Aldeana ist? Ja, eine letzte Vorbemerkung wäre womöglich, dass DC Fontana sich mal eine Folge gewünscht hat, die sich damit auseinandersetzt, dass Familien an Bord der Enterprise sind. Und ja, das war dann eben diese hier. Finde ich ist auch grundsätzlich keine schlechte Idee, denn das ist ja auch der große Unterschied zur alten Enterprise, zur Aldi Enterprise. Nämlich da waren ja nur die Angestellten, die Crewmitglieder mit an Bord. Und die Enterprise ist ja ein Familienschiff. Das haben wir schon öfter gesehen, dass da tatsächlich Ehepaare unterwegs sind oder halt auch Kinder. Dass man da so seinen Hausstand mitnehmen kann aufs Schiff und dann durch die Gegend fährt. Sebastian, das ist jetzt auch so eine philosophische Frage. Findest du das klug? Also die offizielle Begründung ist ja, das ist eine lange Mission. Man ist lange unterwegs, man kommt selten zu Hause vorbei. Man kann halt immer weiterfahren. Die Leute fühlen sich irgendwie auch natürlich besser, wenn sie ihr Privatleben da vernünftig ausleben können oder ihre Kinder natürlich dabei haben oder den Partner. Aber ist das wirklich sinnvoll? Wir haben jetzt schon einige Folgen hinter uns und wir wissen, es wird ja manchmal gefährlich. Es wird manchmal gefährlich und deswegen ist es ein bisschen weniger sinnvoll. Da hast du schon völlig recht. Ich kann es auch eigentlich besser verstehen, wenn das jetzt ein Forschungsschiff ist, das lange wegfliegt. Das lange weit wegfliegt und einen langweiligen Nebel kartografiert oder so. Und weit, weit von der Föderation entfernt ist und dann irgendwas macht. Aber das ist ja bei der Enterprise gar nicht der Fall. Die hält sich fast immer in der Föderation selbst auf und fliegt in Krisengebiete und shuttelt dann Botschafter von A nach B. Und eigentlich bewegen die sich immer so, dass sie, glaube ich, ziemlich schnell auch bei der Erde sein könnten. Sind sie auch ab und zu dann einfach mal. Und deswegen denke ich, ich weiß nicht genau, warum die Familien dabei sein müssen. Denn später vergisst man das ja auch völlig, wenn man dann so die Voyager sich anguckt oder andere. Gut, die hatte auch eigentlich nur eine kurze Mission. Aber später, nach Next Generation oder bei allen Schiffen, die nicht der Galaxy-Klasse angehören, ist das überhaupt kein Thema mit den Familien. Richtig, richtig. Ausnahme ist natürlich eine Station, Deep Space Nine. Klar, da haben wir viele Familiengeschichten. Aber die ist ja auch stationär. Ja, ist interessant. Ich bin mir da auch so ein bisschen unsicher. Ich finde das ja auch wieder ganz cool, dass man da so modern ist an Bord der Enterprise. Man weiß, dass es eben nicht so militärisch zugeht wie vorher. Aber man kann sich wirklich darüber streiten, ob das so sicher ist. Wie wir jetzt auch in der Folge sehen werden, dass das auch seine Tücken hat. Ich würde das schon auf Roddenberry'sche Utopie auch schieben. Ich glaube, das war so eine Idee. Wir nehmen dann unsere Familien mit ins Weltall. Aber ja, es hat so seine Schwierigkeiten. Richtig, ja. Der Riker, mit dem geht's los. Ein Opening, ganz nach meinem Geschmack. Wir sehen Bill Riker aus dem Turbolift steigen. Und der Riker ist ja ganz aufgeregt. Es gibt so ein kleines Foreshadowing. Im Korridor läuft ihm, der Harry ist es, glaube ich, über den Weg. Eins der Kinder, die da an Bord unterwegs sind. Kriegt auch noch ein bisschen Ärger von Vatern, der da so steht. Der sagt, lauf doch nicht so. Aber Bill sieht es eigentlich ganz locker. Und hat wieder dieses wunderbare Shit-Eating-Will-Riker-Grinsen drauf. Das ich so mag. Und der freut sich einfach. Toll. Wird ja aber auch richtig angerempelt von dem kleinen Harry. Also, der übrigens Mathe hasst. Und von seinem Vater jetzt barsch in den Unterricht zurückgeschickt wird. Deswegen war der da überhaupt am Rennen. Aber jetzt sehen wir danach, humpelt der Riker richtig, als der Harry ihm in die Seite gerannt ist. Und das ist schon dieses Riker-Humpeln. Nur noch krasser eigentlich. Das ist ja sein Move irgendwie. Dass er so mit so einer hängenden Schulter so immer über die Korridore geht. Genau. Toll. Ich habe das, glaube ich, hier das erste Mal gesehen. Es gibt es, ich habe das nie überprüft, aber es gibt es, immer haben so Leute geschrieben und geredet, dass der Jonathan Frakes, der Darsteller von Will Riker, einen Rückenleiden hat. Und dass das so ein bisschen damit zusammenhängen soll. Aber ich finde schon, dass er das auch sehr übertreibt, diesen Gang. Ja, der Gerrit und ich, wir besuchen ja manchmal Conventions und manchmal gehen wir einfach dann so einen langen Gang entlang und wir machen beide den Riker-Gang und fühlen uns ganz toll dabei. Ja, Cosplayer sind wir nicht, aber wir sind, wir sind Bilgeer. Ja, ist das schon mal jemandem aufgefallen? Das hat noch nie jemand gesagt außer uns. Aber wir selbst, wir zwei amüsieren uns darüber königlich. Ja, schön, schön, schön. Dieses kleine Geheimnis könnt ihr weiß. Jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr, aber ich werde nächstes Mal darauf achten, sollten wir dreimal wieder auf einer Convention durch die Gänge streifen. Ja, Riker ist ohnehin sehr, sehr gut gelaunt, denn die Mission der Enterprise ist es gerade mal bei Epsilon Minus vorbeizuschauen. Das ist ein System, wo ein, ja, sagenumwobener Planet beheimatet sein soll, nämlich der Planet Aldea. Der Planet Aldea, nein, Aldea, wir sagen jetzt einfach, komm, der Witz wird langsam alt, Planet Aldea. Und das Besondere an diesem Planeten ist, dass der irgendwie da ist, aber auch nicht. Der ist nämlich, der kann sich angeblich irgendwie, verschwindet der, verschwindet und ist mal da und mal nicht. Ganz, ganz seltsam und der Bill ist total fasziniert davon, ja. Das treibt den so richtig um. Scheint so ein Hobby von ihm zu sein. Der hat darüber gelesen und Mensch, das könnte doch, mal schauen, ob hier da was dran ist an dieser Story. Und jetzt deutet es sich auch an, dass da was dran sein könnte, denn man ist sogenannten Energiebrotkrumen gefolgt und ist dann hier gelandet. Und jetzt vermutet man dort diesen Aldea-Planeten, der eine weit fortgeschrittene Zivilisation ist, die sich nur noch der Kunst und der Kultur hingibt und die wie Atlantis verschwunden sind. Also es ist eigentlich auch ein ziemlicher Mythos. Tasha weiß es auch gar nicht, die muss nämlich fragen, was ist denn das? Und dann tut der Riker diesen wunderbaren Ausspruch, Aldea. 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 Aldea, ja. Und dann redet er weiter und sagt auch nochmal Aldea und irgendwie muss er sich da, glaube ich, beim ersten Mal versprochen haben oder was anderes im Drehbuch gestanden haben, weil man sieht, dass er dann nicht mehr Aldea sagt. Man hört ihn Aldea sagen, aber es war irgendwas anderes. Also wenn irgendwer unter euch ist, der Lippen lesen kann, ich wüsste das mal sehr gerne, was er da gesagt hat. Es war aber nicht Aldea, oder? Nee, nee, es war was ganz anderes. Oh, wie schön wäre das jetzt gewesen. Ja, ja, das wäre wirklich toll. Aldea, hat er zum Jean gesagt, der Bill. Ja. Und dann passiert es plötzlich, wie aus heiterem Himmel, gibt es diesen romulanischen Tarn-Effekt zu sehen. Ja, auf dem Viewscreen erscheint so ein wabbelnder Punkt irgendwie. Der wird dann so durchsichtig, es macht die so. Und dahinter erscheint tatsächlich ein Planet. Und es ist, es muss, wie Bill sagt, Aldea sein. Ja. So komplett getarnt ist er nicht, denn Troy konnte vorher schon tausende von Bewusstsein dort spüren im All. Und jetzt hängt er da und die Musik mal wieder von Ron Jones geht zu einem Crescendo und wir gehen mit diesem Crescendo auch in den Vorspann über. Ja. Jetzt sind wir wieder da nach dem Vorspann und auf der Brücke geht es jetzt weiter. Ja, das ist richtig, wie das so häufig ist. Auf dem Viewscreen erscheint nämlich plötzlich eine Person. Das ist eine Frau und die nennt sich oder stellt sich vor als Rachella. Und Rachella sagt, schön, dass ihr da seid. Wir möchten gerne mit euch reden. Wir haben ein Anliegen. Und kurz darauf macht es Zosch und Rachella erscheint auf der Brücke der Enterprise. Ja. Einfach so. Also es ist nicht dieses Beamen, dieses etwas gemächlichere Beamen, das wir aus der Next Generation kennen, sondern es hat eher was Q-haftes. Es macht so. Und dann, also es macht nicht. Oder Chuck, wie der Ryker das Q macht. Genau. Nee, das macht es nicht, sondern es macht einfach. Tschi. Es macht Tschi. Tschi. Und Rachella erscheint, wie gesagt, auf der Brücke, aber sie ist nicht alleine. Sie hat mit dabei Deep Throat aus Akte X. Deep Throat aus Akte X. Hier haben wir Jerry Hardin, sein erster von drei Star Trek Auftritten als Radu, was auch ein lustiger Name ist, weil es klingt immer wie Ragou. Und ich kriege sofort Hunger, wenn ich diese Folge gucke und ich höre Radu. Naja, gut. Klingt ein bisschen nach Radau. Ja, den macht er ja auch gleich. Die beiden, Q ist ja ein guter Hinweis, Simon, finde ich. Ich finde die beiden sehr, sehr übergriffig. Und das stellt man auch hier schon fest. Die kommen so ganz unverblümt auf die Brücke. Plupp, da sind wir. Und die Aldianer, auch wenn sie sich so versteckt haben hinter ihrem Schild, die scheinen ja ein Problem damit zu haben, Grenzen zu kennen. Ja, also die wirken sehr, sehr, wie du schon sagtest, gotthaft, übermächtig. Ja, und zwar dieser typische arrogante Gott, wie wir ihn kennen. Also der möchte gern Gott vielmehr, wie wir ihn kennen aus der Next Generation. Ja, grenzüberschreitend, übergriffig. Absolut unverschämt auch. Man lädt sich einfach selber auf die Brücke ein. Was ich interessant finde, Sebastian, der PK hat, als der Planet erscheint auf dem Viewscreen, sagt der PK, Schilde hoch. Doch, also entweder sind die während des Vorspanns wieder gesenkt worden, was für mich nicht so wirklich Sinn ergibt, weil man weiß ja nicht, was da gerade so Sache ist. Oder die Aldianer haben sich hier gerade durch die Schilde gebeamt, was dann aber Ereignisse, die später in der Folge passieren, glaube ich, oder weiß ich nicht, können die die Schilde beamen? Ich glaube, durch fremde Schilde können sie schon beamen. Sie sind ja technologisch weit weiterentwickelt und sie tun und lassen, was sie ja wollen, auch mit der Enterprise. Also wahrscheinlich, ne, so wirklich übermächtig, ne, krass. Ja, aber auch nicht so, du sagtest arrogant, ich glaube, das ist aber nicht ihr Selbstbild. Der Q weiß, dass er arrogant ist und wie er wirkt und dass er den Leuten damit in die Seite sticht, wenn er sich so verhält, wie er sich verhält. Aber ich glaube, die Aldianer, die sind einfach völlig vernagelt. Die halten sich für unglaublich nett und unglaublich toll und die finden sich selbst ganz völlig okay, so wie sie sind. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ja, also sie, so sind scheinbar die Umgangsformen da unten, ja, das ist für die nichts Ungewöhnliches jetzt oder irgendwas Induziertes, sondern die sind halt so, wie sie sind. Dr. Crusher ist erstmal entsetzt, die sagt nämlich, hier einfach hochbeamen und so, ihr seid ja jetzt gar nicht durch die Biofilter gerauscht. Also wer weiß, was ihr hier an Bord bringt, ich finde das auch ein sehr, sehr guter Einwand. Daraufhin erklärt Radu das oder Raschella, einer von beiden, erklärt dann, dass der Planet ein Schild hat, ja, durch den man nicht beamen kann. Also der Enterprise Transporter würde überhaupt nicht funktionieren. Aber lange ist diese Unterhaltung ja nicht, denn sie sagen dann, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Da können wir dann mit euch reden. Aber wir müssen jetzt hier wieder weg, weil es ist so hell, so stört uns so. Die sind ja auch ziemlich blass. Ja. Die Aldianer sind alle unterschiedlich blass. Nachher kommen noch welche, die sind auch viel blasser oder die wirken so, weiß ich nicht. Und ja, da ist irgendwas im Busch. Richtig, ja. Jerry Harden hat ja auch so Augenringe, haben sie ihm angemalt. Und das ist ja auch ein sehr dünner Typ, fast schon so ausgezehrt. Der sieht auch nicht gesund aus, muss ich sagen. Also die Schminke haben sie gut geschminkt, auch so schön blass gemacht und sowas. Und er ist da einfach perfekt gegastet für, finde ich, für diese Rolle. Ja, das ist auch ein großer, großer Lichtblick in dieser Folge, muss man so sagen. Der Jerry Harden ist ein super Typ. Ja, Troy sagt auch, Mensch, die Gastgeber, die sind hier zwar so freudig und aufgebracht, aber sie warnt, die wollen etwas, das wir nicht bereit sind herauszugeben. Und die Diana, du schimpfst ja oft über sie, aber das ist schon der zweite Moment in dieser Folge, wo sie etwas sagt, was relativ hilfreich ist, aber leider hört keiner auf sie und reagiert irgendwie darauf. Das Auge, nicht Saurons, sondern Simons, ruht auch derzeit nicht auf der guten Diana. Ich finde, dass die, ich hatte da das auch ein bisschen schlechter in Erinnerung, als es tatsächlich ist. Mag auch daran liegen, dass sie irgendwie lange jetzt nicht da war. Das ruht derzeit eher auf Tascha, die seit einiger Zeit fast vollkommen nutzlos ist. Oder ist das nur mein Gefühl? Ja, da hast du recht. Das fällt mir aber auch jetzt erst auf. In dieser Folge geht es ja um Dinge, die durchaus die Sicherheitsbelange eines Raumschiffs betreffen. Aber das Einzige, was Tascha in dieser Folge macht, ist am Anfang den Bill zu fragen, erklär mal, was Aldea ist. Und ansonsten kommt da nix. Aber das liegt jetzt nicht an Denise Crosby, das liegt einfach daran, dass der Charakter massiv unterschrieben ist aktuell. Richtig, ja. Sie teilt sich diese Ehre meiner Meinung nach auch ein bisschen mit Worf, von dem wir auch noch nicht so viel gesehen haben. Ja, also diese aggressive Fraktion des Teams, die hält sich erstaunlich im Hintergrund, wie gerade in der ersten Staffel. Also von daher, die haben noch nicht so viel zu tun. Bei Worf sollte sich das ändern, bei Tascha nicht. Aber da kommen wir in Kürze drauf. Ja, Worf kriegt noch eine fette Story, diese Staffel. Richtig. Ja, du hast es gesagt, Troy glaubt, dass da was im Busch ist. Sie sagt ja wirklich auch was sehr Wertvolles, was uns sehr wertvoll ist. Also was nicht mal eben hier, keine Ahnung, zwei Liter Benzin oder so, sondern da ist halt wirklich was, wovon man sich nicht trennen möchte. Und dieses schlechte Gefühl, was alle haben, das wird ja im Grunde bestätigt. Denn auf einmal macht es Zosch, Zisch und Ching, ja, und Riker, Troy und Crusher werden von der Brücke auf den Planeten, ja, entführt. Anders kann man es nicht sagen, ne? Also die werden ja, die werden nicht vorher gefragt, sondern die werden einfach entführt und runtergebeamt. Da kennen die nix, die Aldeaner. Da kennen die nix. Und bevor wir jetzt erzählen, was da unten los ist, erzähle ich euch mal, wer da unten sitzt. Da sitzt nämlich Radus Frau, die heißt irgendwie, aber sie wird gespielt von Ivy Bethune oder Ivy Bethune. Und die ist mittlerweile 101 Jahre alt. Das ist genauso wie die Darstellerin der Ann Jameson letzte Woche, 101 Jahre alt. Und die beiden sind tatsächlich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die ältesten noch lebenden Star Trek Schauspieler. Und was für ein verrückter Zufall ist das, dass die auch noch in direkt benachbarten Folgen vorkommen. Es gibt ja nur 700 plus Folgen von Star Trek. Und beide die Frau eines Nebencharakters spielen, der eine große Wichtigkeit hat in der Folge. Ja. Ja, interessant, ne? So ist das manchmal im Leben. Solche Zufälle gibt's. Toll. Finde ich toll. Und wenn sie beiden jetzt zuhören, was sie garantiert nicht tun. Alles Gute auf die nächsten 101. Alles Gute und auf die nächsten 101 Jahre. Genau. Ja, beide werden, also die drei werden jetzt einfach runtergebeamt, werden auch nicht groß gefragt und materialisieren. Du hast es gerade schon gesagt, wieder in so einem Ratsraum, wie das immer so ist. Leichte Pappkulissen. Schönes Fensterdesign. So ein rundes Fenster mit so einer Art spinnenetzartigen Gestaltung da drin und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da wird es erstmal gesagt, ja schön, schön, dass ihr da seid. Lasst uns reden. Lasst uns reden. Und derweil, während sie da unten sind und reden, durchfährt ein Scan-the-Enterprise. Das ist wie so ein Richtscheinwerfer, richtig schon. Wie so ein Spot, der über die Brücke flitzt und der hält sich eine Zeit lang an Wesley fest. Und überhaupt fällt mir jetzt auf, dass Wesley wieder da ist. Der hat nämlich die letzten Folgen mal gefehlt auch. Genauso wie Diana, nur da haben wir nichts zu gesagt. Stimmt, ja. Wesley ist wieder da und wird angestrahlt. Und im Gegensatz zu den anderen scheint er tatsächlich von diesem Strahl festgehalten zu werden irgendwie, ja. Wir erfahren aber dann kurz darauf, dass er ja in so einer Art Trance war. Ja, also er hatte so die Augen geschlossen. Der Strahl hört auch irgendwann wieder auf. Da wird erstmal gefragt, Wesley, was ist los mit dir? Data will ihm helfen. Picard sagt, nein, fass ihn nicht an. Kannst du denn Wesley nicht mit den Finger anpacken? Ja, genau. Und Wesley sagt, naja, das war jetzt komisch irgendwie, hat aber nicht wehgetan. Aber es war irgendwie seltsam, ein seltsames Gefühl. Der Strahl hat überall auf der Enterprise Kinder auf diese Art und Weise angeschaut, erfahren wir dann auch. Ja, auf Aldea erfahren wir dann jetzt wiederum, dass es dort ein sehr, sehr gerechtes System von Geben und Nehmen gibt. Aber wir müssen unser Erbe bewahren. Und dann packt der Radu auch aus und sagt, was sie haben wollen. Ja, sie wollen ein Tauschhandel. Sie schlagen nämlich Folgendes vor. Wir geben euch tolle Infos über Technologie. Da müsstet ihr Jahrhunderte für forschen, um das alles rauszufinden, was wir hier wissen. Das würde euch schlagartig weiterbringen. Wir wollen nur eure Kinder haben. Ja. Und der Grund, warum sie die Kinder haben wollen, ist, dass sie selbst unfruchtbar sind. Die Medizin auf Aldea ist völlig ratlos und Rachella, die Tochter von Radu, ist tatsächlich die letzte, die geboren wurde. Und die ist jetzt auch schon, ja, Pan 30, würde ich sagen, oder Ende 20, keine Ahnung. Genau. Ja, und das ist natürlich ein Deal, Kinder von der Enterprise einfach zu bekommen. Den kann Bill nur ablehnen, weil er sagt, auch Menschen haben eine so starke Bindung zu ihren Kindern. Das ist nicht irgendwie wie Katzen oder sonst was. Das geht gar nicht. Also, ihr könnt uns nicht die Kinder wegnehmen. Das steht völlig außer Frage. Ja, Troy stimmt da auch mit ein. Und die gehen natürlich nicht darauf ein. Ist ja ganz klar. Dann sagt, glaube ich, der Radu irgendwie was, wie, ja, wir hatten gehofft, dass das irgendwie einfacher ist mit euch. Aber, na gut. Zupp, werden sie wieder zurückgebunden. Äh, geb... Werden sie wieder zurückgebeamt. Und... Zurückgebunden, das ist auch gut. Ja, werden dann einfach zurückgebeamt auf die Enterprise. Und gleichzeitig wird die drei erscheinen wieder auf der Brücke und gleichzeitig verschwindet Wesley Crusher. Und dann gibt es so ein paar, so eine Montage, die uns so durch ein paar Zimmer führt auf der Enterprise, wo weitere Kinder jetzt einfach untergebeamt werden. Drei aus dem Klassenraum, eine aus dem Korridor, ein kleines Mädchen, das mit einem Spielzeug-Tribble spielt und ein Mädchen, das gerade Harfe spielt. Und das ist so dieser visuell dramatischste Moment, denn die verschwindet und dann kippt die Harfe um, weil das Mädchen nicht mehr da ist, um sie zu halten. Ja. Und da haben wir es, Simon, schon wieder innerhalb von zwei Wochen eine Geiselnahme, die die Enterprise bewältigen muss. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt aber auch wirklich eine harte Nummer hier, die wir hier sehen. Also einfach mal so die Kinder rausreißen, entführen und gleich mehrere. Das ist ja schon mal, das muss man sich mal so vor Augen führen. Eine sehr, sehr krasse Bedrohung. Die Enterprise wurde verletzt einfach dadurch. Also dieses stolze Schiff, dieses utopische Schiff, das da mit den Familien durchs All fliegt und tolle Sachen erlebt. Jetzt hat man da die Kinder einfach entführt. Jean ist auch außer sich. Ja. Denn der Radu, der sagt, wir werden den Kindern nichts antun. Er sagt, ihr habt denen schon was angetan. Der Radu, der ist auch unbeirrt. Ich glaube, unbeirrt ist das hauptsächliche Adjektiv, was Radu angeht. Der sagt, ja, nee, wir reden jetzt mal über eine Entschädigung. Entschädigung, das ist, das ist Barbarei. Also der Jean, der ist, der geht richtig schön aus, sich mal raus, finde ich, ja. Das tut man gut zu sehen und zu hören. Ja, der Shakespeare-Darsteller kommt hier auch so ein bisschen aus Patrick Stewart durch oder beziehungsweise raus, ne. Also wieder schon so, Barbary. Ja, also es ist halt wirklich so eine von der Bühne. Ja, aber super, ne. Wir sehen, wir haben ja diesen grimmigen Picard am Anfang der Staffel gehabt. Dann hat er sich so langsam beruhigt. Ja, ist langsam auch der nette Picard gewesen, der aufmerksame Picard, dieser super Chef. Ja. Aber er kann auch anders. Der kann auch richtig ausrasten. Und das ist gut hier zu sehen. Wäre er hier locker geblieben. Er fängt sich dann auch wieder sehr schnell, was ich auch gut finde. Weil jetzt geht es darum, dieses Problem irgendwie zu lösen. Aber dieser kurze Gefühlsausbruch, der steht ihm wirklich gut. Muss ich schon sagen, ja. Ich habe an der Stelle eher ein anderes Problem. Bei vielen Folgen denkt man sich ja, ah, was für ein interessantes Dilemma. Wie das wohl ausgehen mag oder wie nähern sie sich dieser Thematik? Ja, auch in der letzten Woche mit Karnas und dem Admiral Jameson. Da war ja alles völlig unklar, wie es da ausgehen möchte. Und es hat auch eine gewisse Spannung sich dadurch ergeben. Aber ich finde, ab diesem Moment ist sonnenklar, a, die Kinder werden zurückgeholt und b, die Enterprise Crew findet eine Lösung für das Fortpflanzungsproblem der Aldeaner. Obwohl die Aldeaner ja eigentlich fortgeschrittener sind. Und der Rest der Episode ist jetzt nicht die Frage nach ob, sondern die Frage nach wie. Das stimmt. Das ist aber ein, in Anführungsstrichen, Vorwurf, den ich vielen, vielen Folgen machen würde. Dass du halt wirklich am Anfang schon weißt, am Ende wird das dann doch wieder alles gut kommen. Ich glaube, das erste Mal, wo das richtig in Frage gestellt wird, das ist in der letzten Folge der dritten Staffel. Und bald eigentlich auch. Oh, nee. Also, da werden wir in der ersten Staffel, da kann ich jetzt aber, muss ich kurz widersprechen, da werden uns drei, vier, fünf Folgen jetzt sogar begegnen, wo man denkt, alter, was, so geht das zu Ende? Drei, vier, fünf, mir fallen zwei ein. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Wer weiß. Aber trotzdem, die meisten Folgen sind doch so. Ja, ja, kommt schon wieder in Ordnung. Der PK macht das am Ende klar. Und beim medizinischen Problem, ja, ja, Graschal findet da irgendwas. Ach, das war übrigens dieses geile Geräusch gerade, Simon. Du hast gerade, wir wurden mal danach gefragt, warum läuten manchmal bei euch die Glocken im Podcast. Dazu muss ich sagen, der Simon, der hat so ein lustiges Headset. Da hängt so ein Teil runter, so ein lose geschraubtes Mikrofon. Und manchmal schlägt das gegen den Popschutz des echten Mikrofons. Und das ist dieses Geläut, wonach neulich mal irgendein Hörer fragte. Der Witz ist, ich habe ja meinen neuen Kopfhörer, der liegt ja hier, eingepackt. Da liegt der schon seit vier Wochen. Ich sollte mich mal, ich sollte mich mal, ich sollte mich mal einfach bemühen. Aber ich habe mich nicht so an das Ding gewöhnt hier. Also was da tatsächlich runterhängt ist, ich habe hier so ein, also ich habe hier natürlich das Mikro vor mir stehen. Aber ich habe hier so ein Headset als Kopfhörer quasi. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Headset. Deswegen will ich es wahrscheinlich auch nicht weggeben. Aber da ist dieses Ding, wo man reinspricht, da ist auch ein Mikro dran, das ich aber nicht benutze. Und das ist irgendwie da rausgebrochen. Und das hängt jetzt hier so. Und das mache ich mal so. Ja. Ja. Genau. Warte mal. Shame. Shame. Okay. Jetzt weiß ich es. Ich werde jetzt, ich werde mich bemühen. Nee, das ist gut. Ich finde, das gibt so ein bisschen Colorita rein. Manchmal passiert das ja, während du nichts sagst, dann kann ich das schön muten hinter bei der Nachbearbeitung. Aber manchmal geht das halt in so ein Wort von dir rein. Und dann geht das so plöng. Das ist auch schön. Der steht ja bei mir hier drin. Hinter mir steht der immer. So ein unsichtbarer Mr. Hom, den nur ich sehen kann. Well, then we can cause it even. Ach Gott. Irgendwann hört der Mr. Hom, das ist ein Kopie besuchen und haut mir einen rein. Ja. Der gute Karel. Ja. Nee, stark. Wo waren wir überhaupt eigentlich? Wir waren da, dass die Kinder jetzt entführt sind, dass der PK wütend wurde. Ja. Einmal Licht an. Da geht dir jetzt die Lampe an doch. Und ja, wie du schon sagst, Radu sagt, geht er überhaupt nicht darauf ein. Sagt ihm, nö, die bleiben jetzt einfach hier. Wir werden auf sie aufpassen. Den geschieht nichts. Ja, dem wird es gut gehen. Und wir haben ja noch diesen Deal für euch. Also wir können jetzt gerne Verhandlungen darüber aufnehmen, was ihr von uns für eure Kinder bekommt. Worüber wir nicht sprechen werden, ist die Rückgabe der Kinder. Ja, es gibt also von diesem Kaufvertrag kein Rückgabericht auf Seiten der Föderation. Sie haben also schon ein schlechtes Gewissen, die Aldeaner. Die wollen, ach, jetzt sagt uns schon, was ihr dafür wollt. Irgendwie alle technologischen Geheimnisse meinetwegen oder eine Milliarde Kopeken ist uns egal. Aber sagt doch irgendwas. Dann können wir euch das geben. Und dann ist unser Gewissen in Ordnung. Und dann ist der Deal gelaufen. Und dann ist gut. Also wir haben ja nicht so abgrundtief böse Bösewichte, sondern wir haben hier eher so verzweifelte Bösewichte, die doch auch noch so eine Art ein Gewissen haben. Natürlich ist das, was die machen, scheiße und falsch. Ja, aber sie sind jetzt nicht. Ja, wer war der letzte richtig böse, den wir gesehen haben? Fällt mir jetzt auch keiner gerade ein. Aber sie sind jetzt einfach nicht so willens. Nee, sie sind tatsächlich, das kann man sagen, so verzweifelt, dass sie zu diesen bösen Mitteln greifen. Sie sind keine guten Leute, weil ansonsten würden sie das nicht tun. Aber sie haben ein Motiv, das keine Habgier oder sowas ist. Sondern sie haben halt ein Motiv der Selbsterhaltung ihres Volkes. Jetzt gibt es erstmal ein Treffen in der Observation Lounge mit den Eltern. Die sind natürlich verständlicherweise außer sich. Ich finde das auch noch viel zu reduziert, fast schon. Die Crusher sagt da was richtig Blödes irgendwie, als sich eine Mutter sagt, Mensch, was passiert mit meinem Kind? Wir müssen doch was machen und so. Dann sagt die Crusher, jetzt lass dich doch nicht von deiner Angst leiten. Ich bin kein Psychologe, Sebastian. Oder kein Therapeut in so einer Situation. Aber ich glaube, der Satz kommt irgendwie nicht gut an. Ja, vor allen Dingen sagt das die Frau, die als ihr Sohn auf Edo oder bei den Edo im Knast saßt und umgebracht werden sollte. Der Planet hieß nicht Edo, da hießen die Leute nur Edo. Da waren die wie ein aufgescheuchtes Huhn. Da war die, nein, mein Sohn, nein, nein. Die war zu nix zu gebrauchen. Verständlich. Aber dieses Verständnis, das sollte sie jetzt auch dafür aufbringen, wenn die anderen Eltern jetzt gerade mal echt am Teller drehen. Richtig, genau. PK geht die Situation deutlich geschickter an. Er sagt nämlich, wir wollen jetzt verhandeln mit denen. Wie können wir da verhandeln? Wir müssen. Dann beruhigt er sie aber und sagt, die Enterprise wird diese Kinder nicht zurücklassen. Und das ist genau der Satz, glaube ich, den die hören wollten. Man sieht auch so einen Hauch einer Erleichterung. Ich finde das auch tatsächlich ganz gut gespielt, diese Szene. Man sieht einen Hauch der Erleichterung bei den Eltern. Der Vater vom Harry ist es, glaube ich, der sagt, mein Gott, ich habe meinen Sohn das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da habe ich ihn angeschrien. Ja, also das sind schon, ich finde es schon relativ realistisch. Ich glaube, dass die nur im wahren Leben wahrscheinlich noch viel aufgelöster werden. Ja, oder unter Schock stehen würden und da gar nicht groß kommunizieren könnten. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht. Ich finde trotzdem, dass die Szene damit das ganz gut darstellt. Ja, und eine hübsche Parallelität entsteht da auch. Denn es wird gesagt, die Beverly ist jetzt die Elternsprecherin und wird quasi die Eltern bei den Verhandlungen mit den Aldeanern vertreten. Und dem Wesley, dem wurde direkt in der Szene zuvor gesagt, du bist jetzt der Sprecher der Kinder, weil du der Älteste bist. Also die Crushers sind jetzt wirklich irgendwie an beiden Handlungsorten ein wenig in charge. Ja, also es ist auch in gewisser Weise eine Crusher-Episode, wenn du so willst. Richtig, Familie Crusher. Ja, und auf Aldea, Sebastian, du hast es schon gesagt, treffen jetzt die Kinder, die entführten Kinder, auf ihre neuen Eltern, kann man sagen. Ja, oder ihre neuen Erziehungsberechtigten. Ja, und Harry trifft ein Ehepaar, die sehen so ein bisschen tatsächlich auch aus wie seine leiblichen Eltern auf der Enterprise. Nur haben sie ganz andere Sachen an und sind auch so recht seltsam. Das sind, entschuldige Simon, dieses Künstler-Ehepaar, zu dem der Harry gebracht wird, das sind irgendwie unglaublich blasse Hobbits, wenn du mich fragst. Und außerdem sehen die auch noch aus wie Bruder und Schwester. Ja, die haben die gleiche Frisur, die haben die gleichen Klamotten, die sehen irgendwie gleich aus. Und das macht mich vermuten, dass vielleicht die Fortpflanzungsprobleme auf Aldea noch einen anderen Hintergrund haben könnten. Ja, Sebastian, das Ding ist ja auch der... Der Soundeffekte-Podcast nur für euch. Das Ding ist aber doch auch, Sebastian, dass der Radu, der faselt ja irgendwie oder die denken ja tatsächlich, dass diese Kinder später auch Kinder kriegen und diese Gesellschaft da neu entfachen sollten. Ich bin jetzt kein Biologe, Sebastian, ja, oder wer auch immer da Experte ist in solchen Dingen. Aber da müssen die Aldeaner noch eine ganze Menge mehr Kinder entführen, damit der Plan aufgeht. Also mit den paar Hansele von der Enterprise wird der Schnex. Ja, besonders weil die Aldeaner, wie wir auch erfahren haben, medizinisch nicht so viel auf der Pfanne haben. Ja, richtig. Also da werden viele Sachen schief gehen. Der Genpool macht irgendwann hoch. Der macht hoch. Der macht hoch. Und der Staat. Und ja, genau, diese ganze medizinische Geschichte und sowas und wie die die auch aufziehen wollen. Keine Ahnung, wir erfahren ja später dann, was da wirklich los ist. Ja, also von daher ein sehr kühner Plan, den der gute Radu da hat, der mich an seinem Verstand zweifeln lässt und der mich an dem Verstand dieser Leute da unten zweifeln lässt. Und ich hätte mir gewünscht, dass das so ein bisschen... Also eigentlich sind die doch völlig verrückt. Ja, das ist natürlich auch wieder das Problem, dass wir mit einem Star Trek Fernsehbudget hier arbeiten müssen. Und das heißt, wir haben irgendwie eine gewisse Größenordnung. Und das heißt, wir sprechen von sieben Aldeanern und sechs Kindern in diesem Fall. Ansonsten wäre das einfach nicht handhabbar und nicht darstellbar. Und tja, da kommt wieder rein, dass Star Trek einfach aufgrund seiner Mittel auch irgendwo allegorisch einfach nur gemeint ist. Ja, das ist für mich... Damit kann ich leben, mit dieser Erklärung. Nicht alles so hinterfragen. Es gibt ja Leute, habe ich gelesen neulich, ich weiß gar nicht, war das auf Twitter oder so, die finden so Logikfehler in Filmen, finden die so ganz, ganz stimmen, dass hier gar keine Filme mehr... So Cineasten habe ich irgendwie gehört, gibt es da. Die Cineasten-Debatte war das, ja. Ich habe davon erst heute gehört. Ja, ich habe das auch nicht verfolgt, aber ich bin da auch jemand, der das reichlich albern findet, sich... Ach, der das alles einfach albern findet. Ich liebe Filme und häufig liebe ich am meisten die Filme, die total unlogisch sind. Ja. Und die lauter Fehler machen. Das sind mir manchmal die liebsten Filme. Du hast das mal so schön gesagt, die verraten einem mehr manchmal und geben einem mehr, ja, als ein perfekter Film, sozusagen. Natürlich. Ach, Simon, dann packe ich jetzt auch nochmal was kurz aus dem Nähkästchen raus. Ich war mal auf einem Geburtstag eingeladen und da war der klügste Schüler unserer beider Gymnasium eingeladen. So aller Zeiten. Der mit dem besten Abi aller Zeiten. Über alle Jahrgänge gesehen. Nicht aus unserem Jahrgang, sondern über alle Jahrgänge gesehen. Und der dachte aufgrund seiner Klugheit, die er durchaus in den Naturwissenschaften und den Sprachen und in was nicht allem hat, dachte er auch, er wäre ein Cineast. Und dann wollte er mir einen vormachen da. Und in dem Fall muss ich sagen, ich würde mich nie ein Cineasten nennen. Ich nenne mich einfach jemand, der Filme liebt. Ich weiß nicht, ob ich ein Cineast bin, aber er sah sich, glaube ich, als ein solcher und der hat nur aufgezählt als Untermauerung seiner Thesen irgendwelche Filmfehler. Und da dachte ich auch, das ist so ein, das ist so das Niveau, ehrlich gesagt, eine 16-Jährige, der meint, er könnte irgendwie jetzt Filme analysieren, indem er einfach eine Liste der Fehler zusammenschreibt. Und das hat mich schon damals massiv geärgert und das habe ich dem auch gesagt. Und da kam der unfassbar schlecht drauf klar, dass jemand an irgendeiner Stelle mal ein bisschen mehr wusste als er. Das war für den sowas von fürchterlich. Richtig, ja. Ja, das war für den, das konnte der nicht ertragen, das merktest du auch. Der zitterte richtig. Ist ja fast zu mitleiden ein bisschen, ne? Irgendwie schon, ja. Wenn jemand sich da überhaupt nicht loslassen kann. Sebastian, wir reiten ja auch oft und gerne auf Fehlern rum, die wir in den Folgen sehen. Aber wir tun das immer sehr liebevoll. Und ich würde nie eine Star Trek-Folge scheiße finden, weil die halt ein paar Logikfehler hat oder ein paar Sachen komisch macht und so weiter. Und ja, das Wort Cineast. Sebastian, wenn, wenn, when the Cineast breaks. Ja. Und ja, sorry für diesen kurzen Exkurs. Das ist die Sendung der Exkurse, würde ich mal sagen, Simon. Die Sendung der Exkurse. Die Kinder werden ihren Eltern vor, ihren neuen Eltern vorgestellt oder ihren Erziehungsberichtigen. Erziehungsberichtigen, ich sag gleich, warum ich Erziehungsberichtige sage. Wir haben einmal den Harry. Der Harry geht zu den Hobbits, genau. Dann haben wir ein kleines Mädchen, deren Namen ich vergessen habe. Katie. Katie. Ist das die ganz kleine oder die musikalisch Begabte? Das ist die musikalisch Begabte. Genau, die musikalisch Begabte, die geht zu so einem, ja, alten Opa. Da dachte ich, was macht denn der Walter Keening da? Der Walter was? Der Walter Keening, der sieht halt genauso aus, wie Chekhov heute aussieht. Ja, muss man darauf achten. Ich finde, der sieht aus, wie, unterhalten wir uns ein andermal drüber. Okay, alles klar. Nicht heute, okay. Die werden auch direkt vorgestellt. Also du hast es ja gerade gesagt, die beiden neuen Eltern von Harry, Elternteile von Harry, die sind Künstler irgendwie. Und Harry wird bestimmt mal ein Künstler, deswegen geht er da hin. Dann dieser Opi ist irgendwie Musiker, der nimmt sich dann die Katie, ja? Ja, das war das Hafenmädchen. Also das Hafenmädchen so, nicht das Hafenmädchen. Das klingt auch irgendwie wieder gut, ne? Hier lagen vor Maragastra. Und hatten die Pistole. Nein. Und dann haben wir noch das ganz kleine Mädchen. Alexandra. Alexandra, die wird, glaube die, Rachella, die stürzt sich so auf sie. Ist das Rachella? Ja, genau. Die soll, und da kommt jetzt nämlich der Twist, finde ich, die soll eigentlich anderen Leuten mitgegeben werden. Aber Rachella sagt nein. Die haben nämlich die ganze Zeit schon Verstecken gespielt. Nee, Alexandra gehört mir. Und da hat also A schon so eine Art Bonding stattgefunden und B, denke ich mir, aha, die Aldeaner, die müssten die Menschen also eigentlich sehr gut verstehen, wenn sie innerhalb von 15 Minuten die gleichen Gefühle für so ein Kind entwickeln. Ganz genau so ist es. Also das sollte ihr eigentlich vor Augen führen, wie das so ist, wenn man eine Beziehung zu einem Kind aufbaut, für das Kind sorgt und so weiter, dann wird es einem plötzlich entrissen. Also sehr wenig selbstreflektiv, die Herrschaften. Ja, obwohl ich glaube, dass in Rachella ja hier schon ein Same gepflanzt wird, der am Ende der Folge dann aufgelöst wird. Ich glaube, die reflektiert durchaus so nachts mal, wenn sie da liegt. Da hast du recht, klar. Auf das Ende hin passiert ja schon was. Aber aktuell ist davon noch nicht viel zu sehen. Naja, und Wesley, Wesley ist irgendwie jetzt so, der, weiß ich nicht, der hängt irgendwie mit dem Radau, hängt der ab die ganze Zeit, ja. Und hier, äh, der, 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 dem seiner Frau. Aber er hat auch gleich, ist die Frau seine, die ihm da irgendwie den Computer dann zeigt? Ist das die Frau oder ist das irgendeine andere Kameranzufe? Das ist Radous Gattin auch. Das ist Radous Gattin, genau. Und die schnappt sich den Wesley. Wesley selbst ist natürlich sehr distanziert, klar. Er ist ja auch der Älteste und ihm ist sehr bewusst, was da gerade passiert. Sie werden nämlich entführt. Die kleineren Kinder werden so ein bisschen gelockt. So nach dem Motto, du kannst alles haben, was du willst, ja. Und dann mischiert die Alexandra ja auch ganz glücklich auf die Rachella zu und sowas. Das sind halt, die werden so ein bisschen geködert jetzt, ne. Und auch Harry und, ähm, Katie gehen jetzt erst mal mit und gucken sich das an. Aber Wesley ist natürlich alles andere als überzeugt. Ja. Obwohl Harry und Katie ja auch schon skeptisch sind. So ein Harry sagt ja auch, hm, Künstler. Ich weiß nicht, ob ich ein Künstler bin, keine Ahnung. Und Katie runzelt auch die Stirn, als sie mit dem Opa da mitgehen soll. Es ist wirklich die ganz Kleine, die einfach nicht versteht, was da vor sich geht. Die Alexandra, die dann da denkt, die scheint das auch für ein Spiel zu halten. Über weite Strecken. Genau, ist ja auch ganz schlimm. Also eigentlich ist das so eine ganz, 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 ganz schlimme Situation, die da passiert. Das ist so Kinder, die irgendwie entführt werden und manipuliert werden und sowas. Also ich finde das Thema dieser Folge ist schon sehr, sehr düster. Ja. Insgesamt ist die Folge sehr, sehr düster, ja. Sie hat natürlich am Ende, drehen sie wieder alles, aber einen sehr, sehr düsteren Unterton, finde ich, der mich auch ein bisschen tatsächlich, ja, ich war da schon drin so, ne, in dieser Handlung. Also emotional schon mitgenommen hat. Meanwhile on the Enterprise, da misst man Fluktuationen in dem Schild, der den Planeten umgibt und fragt sich, ob da ein Team durchgebeamt werden könnte. Data soll das Ganze mal untersuchen. Und Jean sagt auch, dass er in einer solchen Rettungsmission den einzigen möglichen Ausweg sieht. Und das finde ich interessant, dass der große Verhandler, der große Diplomat, ausgerechnet er, verspricht sich von Verhandlungen mal überhaupt nichts. Er will natürlich auch weiterhin in Kontakt bleiben und die Verhandlungen einfach führen. Einfach weil er weiß, wenn die Aldeaner jetzt, ja, den Schild wieder aktivieren und auch die Tarnung wieder aktivieren, dann sind die weg, dann ist die Tür zugeschlagen, dann kommen wir nie wieder an die Kinder ran. Also er weiß, wir müssen irgendwie auf die Art und Weise dranbleiben, aber gelöst wird das Problem anders. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen die Begründung dafür. Ich finde, Picard handelt hier gar nicht, also ich verstehe schon gut, weil du hast ja gerade gesagt, das Risiko ist unheimlich groß, dass hier diese Kinder auf immer und ewig weg sind. Und Diplomatie kann funktionieren. Ich denke auch, dass Picard das noch nicht ganz ausschließt, zumindest so wie ich seinen Charakter verstehe. Vielleicht kann er die noch überzeugen, diesen Quatsch reinzulassen, aber er muss, und er ist Käpt'n, er ist verantwortlich für jeden, der da auf dem Schiff lebt und auch ganz besonders für die, die sich nicht wehren können, nämlich die Kinder. Er muss hier alle Möglichkeiten ausloten. Das ist genau die gleiche Situation wie ein Mann, der droht, jemanden zu erschießen und dem eine Waffe an den Kopf fällt. Ja, dann ist natürlich auch dieses, dann schießt natürlich der Scharfschütze, weil das Risiko so unheimlich groß ist, dass der andere sonst stirbt, dass man das verstehen kann, diese Handlung. Ja, ist richtig. Ja, wir gehen zurück auf Aldea. Wesley wird jetzt dem Custodian vorgestellt. Und der Custodian, das ist kein Typ, der Custodian, das ist der Zentralkomputer der Aldeaner. Und für den bekommt Wesley jetzt den sogenannten Dritt-Level-Zugang. Das heißt, er kann alle Fragen stellen an den Computer, die er so auf der Pfanne hat. Und der Computer spricht dann auch so ein bisschen mit ihm. Das ist auch so ein gutmütiger Computer, der hat so eine nette und freundliche, blubbernde Stimme irgendwie. Das ist nicht so ein fieser Computer, wie man sonst schon mal erlebt. Ja, bei TOS wäre es wahrscheinlich so ein komischer Computer gewesen. Ja, richtig. Und Wessi stellt auch die Fragen. Er sagt, wo sind die anderen? Er möchte sehen, was die anderen Kinder gerade so machen. Wir sehen dann auch tatsächlich Szenen von Harry, von Katie. Ich weiß nicht, ob er will dann auch noch ein paar andere, will er sich zeigen lassen. Aber dann sagt hier... Duanna heißt sie jetzt übrigens. Ich habe sie mir endlich mal notiert. Duanna. Dann sagt Duanna, nee, jetzt ist Schluss. Du musst jetzt auch mal hier... Kannst du hier nicht mehr das Ding mit den Fingern anpacken. Du musst jetzt auch mal was anderes machen. Aber Wessi lässt nicht locker. Wessi will auch wissen, wie wird das Ding eigentlich hier... Wo kriegt der Strom? Denn klar, ein Computer auf einem fremden Planeten, da braucht man dann immer die Stromversorgung, um das irgendwie auszuschalten. Ja, das will er wissen und er will auch wissen, was macht ihr denn, wenn der mal kaputt geht, ja? Wer repariert den dann? Aber nee, der wurde vor tausenden von Jahren gebaut, kontrolliert alles, funktioniert und die haben einfach vergessen, was der macht, wo er sich den Strom herholt und wie er auch funktioniert. Und das ist so eine wunderbare Toss-Handlung, ja? Hat mich schwer an Spocks Brain erinnert, wo auch dieses Zentralkomputer da diese unterirdische Zivilisation steuert und die wissen eigentlich gar nicht mehr, was damit los ist. Brain and Brain, what is Brain, ja? Da sitzen die da unten und genauso verdummt sind eigentlich die Aldeaner, weil die sich nur noch um ihre Kultur, um ihre Musik, um ihr Wohlergehen kümmern, aber sich gar nicht mehr fragen, warum funktioniert denn die Welt hier eigentlich um uns herum? Ja. Könnten wir auch mal drüber nachdenken, wir Menschen. Ja, man, so unterstreichen, Aldi. Aldi. Ja, Wessi fragt dann auch, was ist eigentlich hinter dieser Tür da? Hm? 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 Was ist hinter dieser Tür da? Der Rübenkeller. Der Rübenkeller. Nein, Duana sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt beginnt die große Verhandlungsrunde. Picard und Crusher beamen wieder runter oder werden gebeamt auf den Planeten und plaudern jetzt mal so ein bisschen. Sie sagen, es ist nicht akzeptabel, was hier los ist, aber die Aldeaner sagen, das ist uns völlig egal, ja? Wir geben euch die Kinder nicht zurück, machen wir einfach nicht. Ja, habt halt Pech gehabt. Ja, was hältst du denn davon, dass der Radu sagt, warum wollt ihr den denn überhaupt zurück? Ihr könnt doch immer mehr bekommen. Ja, da versteht der Radu ganz grundlegende Dinge einfach nicht. So, ja, wenn man Kinder hat, das ist einfach, oder auch wenn man Neffen hat oder sonst auf Kinder aufpasst und eine Beziehung zu den Kindern hat, so funktioniert das nicht. Machen wir mal ein Neues. Der ist so ein richtiger Bürokrat irgendwie, der denkt sich, ja, geht doch, ne? Und auch im Kopf, was diesen Deal angeht, denkt er, ja, der Deal ist vollzogen, jetzt sagt doch mal endlich, was ihr haben wollt, damit wir hier mal fettig sind. Er will nämlich einfach nur fettig werden, mal gerade. Das ist ihm schon unangenehm irgendwie. Ja. Crusher und Picard lassen ja auch nicht locker. Picard sagt, ihr versteht das nicht ganz. Eltern, also Eltern von uns Menschen, die sind sogar bereit, sich für ihre Kinder zu opfern. Crusher sagt, woher wisst ihr, dass die Kinder hier dann fruchtbar sind? Auch so ein Argument, dass dem Radu irgendwie überhaupt, dass er überhaupt nicht anfasst. Er sagt, das ist Blödsinn, das ist genetisch hier bei uns, das ist keine anstrengende Krankheit. Und das glauben wir einfach nicht. Der lässt einfach nicht mit sich reden. Picard merkt das und sagt ihm, ja, ja, okay, dann versuchen wir doch einfach mal eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend sind. Also jetzt schaltet Picard um in dieses, jetzt müssen wir sie hinhalten. Und man entwickelt auch eine List. Ich weiß nicht ganz, ob die on the fly entwickelt wurde, ob man die sich schon vorher vorgenommen hatte. Denn sie überreden Radu, dass Beverly kurz ihren Sohn sehen darf. Und dann sagt er auch, ja, ihr seid so hartnäckig, na gut. Und dann machen sie so einen geilen Move. Super, ja. Crusher und Vessi unterhalten sich. Duana steht so im Hintergrund, beobachtet die beiden. Und die beiden Crushers fassen sich so an den Händen. Und in der rechten Hand, so wie in so einem Zaubertrick, taucht so ein Untersuchungsteil auf, was man immer so als Zubehör dazu hat. So dieser Magic Pen irgendwie. Und die, es gibt ja den Vessi in die Hand. Und dann geht der Vessi so und sagt, ach, die behandeln uns alle gut. Es ist ja eigentlich hier also ganz schön und so. Und dann geht er so um sie rum und scannt sie dabei mit diesem Stift. Hat schon Eier, der Vessi hier, muss ich sagen. Also das ist toll, wie der das macht. Wie souverän der rüberkommt hier. Finde ich super. Ich finde, das ist, so mag ich meinen Vessi Crusher. Ja, das kommt auch hinterher noch viel, viel stärker und besser. Also das ist echt so ein Shining Moment für den Vessi, diese ganze Folge. Kann man nicht anders sagen. Er steckt seiner Mutter die Messdaten, die er gesammelt hat, dann auch wieder zu. Und als nächstes passiert etwas Unerhörtes, was dazu führen soll einfach, dass in der Folge ein bisschen Zeit vergeht. Dass die Kinder sich einfach ein bisschen einleben dort unten. Und dazu müssen jetzt mal die Verhandlungen unterbrochen werden. Und wie macht man das? Na, man schreibt den Aldeaner nochmal die Superkraft zu, dass sie mit so einem weißen Blitzball die Enterprise einfach mal drei Tage weit weg von Aldea schleudern können. Ja, es ist immer, man muss sagen, also natürlich ist das ein bisschen viel so, diese Power, die die haben. Aber es macht die Folge schon, dieses Kräftemessen hat der Folge ganz gut getan. Weil man hätte sich ja immer noch denken können, ja, der PK, wenn der halt jetzt ernst macht, dann schickt er ein paar Photonentorpedos auf diesen Planeten. Und dann ist vielleicht Feierabend da unten. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die haben halt auch eine militärische Macht einfach. Die können nicht nur einfach abhauen, sondern die können richtig krass aggressiv werden und das Schiff auch zerstören. Und sie könnten das Schiff sogar so weit weg schleudern, warnt Radu jetzt, dass die Kinder Großeltern sind, wenn man zurückkehrt. Und tja, Captain Janeway hätte sich aldeanische Technologie gewünscht, glaube ich, um sich mal schön schleudern zu lassen. Ja, aber in die falsche Richtung dann, weil irgendwo was Spannenderes ist gerade als die Heimreise. Ja. Oder weil sie das einfach mal macht, weil alle anderen irgendwie nach Hause wollen und sie einfach mal anderer Meinung ist. Ja, PK merkt, oh oh, das ist schon richtig krass hier, das Problem, was wir haben. Währenddessen, also ich glaube, er sagt dem Radu dann auch noch, ja, okay, wenn wir wieder da sind, reden wir halt, weil bleibt uns ja nichts anderes übrig. Währenddessen untersucht Dr. Crusher diesen Scan, den der Vesti da angefertigt hat und findet jetzt auch heraus, was da überhaupt Sache ist. Aber bevor sie das berichtet, sehen wir ja erstmal, wie sich die Kinder auf dem Planeten zurechtfinden. Denn der Musiker-Opa, der gibt der Katie so esoterische Musikstunden, finde ich, ja. Der bringt ihr nicht richtig Musik bei, sondern der sagt, denk nicht die Musik, fühl sie in deinem Kopf und dann pack ihr diesen Mini-Sensor an. Und der übersetzt deine Gefühle dann in Musik. Wenn ich so ein Ding hätte, da würde, glaube ich, den Großteil des Tages so Zirkusmusik laufen. Ja, da hat doch irgendwie traurige Musik von Beethoven. Ja, aber was läuft bei Katie? Die hat ja auch noch eine alte Folge im Kopf, denn die packt das Ding an und dann kommt das Thema des Reisenden aus Where No One Has Gone Before. Und ich denke, was? Ach, Sebastian, dafür wage ich dich. Ja, das hätte ich, wäre mir im Leben, glaube ich, nie aufgefallen. Sehr schön. Sehr schöne Beobachtung. Vielleicht hast du es gehört. Vielleicht lief das da im Radio. Vielleicht ist das die ganze Zeit Radio, die Musik. Radio Traveller. Radio Traveller. Überhaupt immer, es läuft immer Radio an Bord. Das ist gar keine Musik, die jetzt zu der Folge gehört, also die für die Folge geschrieben wurde, sondern das ist wirklich, das ist da. Ja, wir hören das immer. Verstehe. Aber dafür, dass der Opa so ein Musiker ist, Simon, finde ich, du bist ja, du hast ja auch mal Musik gemacht. Ich mache heute noch gelegentlich Musik, ja. Ich finde, der macht Vorschläge wie so ein Kunstbanause. Der sagt, ja, das ist sehr traurig, was du da spielst. Jetzt spiel mal was, jetzt spiel mal was Fröhliches. Und das erinnert mich irgendwie daran, wie Helge Schneider mal so erklärt hat, ja, Dur ist lustig und Moll ist traurig. Und das ist, glaube ich, das Musikverständnis dieses alten Herren. So kommt es für mich rüber. Ja, es ist halt schon die Frage. Ich hätte ihn gerne mal spielen gehört, was der sich so zurecht denkt. Hätte ich wahnsinnig gerne gehört. Wenn da auch so eine Dudelei irgendwie rauskäme, dann wäre das ein Scharlatan hoch fünf gewesen. Aber trotzdem irgendwie eine schöne Szene, weil er sagt ja, also auch so, ne, einfach metaphorisch, also nicht metaphorisch, sondern einfach, was die Szene uns da gut zeigt, irgendwie ist die Gefühlswelt von Katie, ja. Er will, dass sie fröhlich ist, sie will das aber nicht, denn die Musik ist zwar schön, das macht ihr Spaß, aber sie will eigentlich was ganz anderes, sie will nämlich zu ihren Eltern zurück. Derweil sehen wir auch mal kurz den Harry. Harry macht Fortschritte bei den Hobbits, der schnitzt da so schön rum mit so einem Lasercutter irgendwie und sagt, ah, nie wieder Mathe, das ist schön, nie wieder Mathe. Und dann sind die drei Tage rum und die Enterprise ist zurück bei Aldea. Und Beverly hat die drei Tage auch genutzt. Sie hat nämlich jetzt herausgefunden, dass die Chromosomen der Aldeaner beschädigt sind. Die sind verantwortlich für die Unfruchtbarkeit, die Appetitlosigkeit, das finde ich besonders lustig, dass sie auf Appetitlosigkeit da geachtet hat und für die Lichtempfindlichkeit. Und dem will sie jetzt weiter auf den Grund gehen. Genau. Auf dem Planeten verdichten sich jetzt so ein bisschen die Anzeichen für eine Umweltkatastrophe. Man sieht, wie sich Frau Hobbit so eincremt, weil irgendwie die Sonne ihr Wunden zufügt. Das ist ganz komisch, ganz ungewöhnlich, diese Szene. Und als Harry einen Delfin geschnitzt hat und erklärt, was so ein Meerestier ist, da erfährt man auch, ja, Meerestiere, die haben wir hier nicht mehr auf dem Planeten. Die hatten wir mal irgendwann, habe ich schon mal von gehört, gibt es nicht mehr. Die kleine Alexandra weint, will ihre Mama, kann nicht beruhigt werden. Und das bringt jetzt den Wesley dazu, dass er sich überlegt, dass es jetzt Schluss ist mit der Kooperation. Ja, er hebt sich mitten in der Nacht. Ist dir auch aufgefallen, dass der offensichtlich in seinen Klamotten schläft, der Wesley? Ja, allzeit bereit, Simon. Allzeit bereit. Schrecklich in einem Schlafanzug. Ist auch egal. Ich glaube, Schuhe hat er auch an. Jedenfalls. Ich schlafe manchmal auch so, wenn ich einen im Tee habe. Holt er dann die Kinder zusammen, trommelt die sozusagen zusammen, setzt sich mit ihnen an einen Tisch und überzeugt sie, dass sie jetzt in einen Streik treten. Dass sie eben nicht mehr das machen, was die Aldeaner von ihnen wollen. Sogar ein richtiger Hungerstreik soll das werden. So eine Mischung auch aus Hunger und Schweigestreik. Die reagieren auch auf nichts mehr, was die Aldeaner denen sagen. Und Wesley, du hast es vorhin schon gesagt, der ist in dieser Folge gar nicht so dieses extreme Wunderkind, sondern er ist einfach sehr, sehr besonnen in allem, was er macht. Der hat mal ein Buch über Gandhi gelesen, glaube ich, und überlegt sich jetzt, wie er da aus dieser Situation rauskommen kann. Und er macht genau das Richtige. Er macht genau das Richtige. Also er zeigt den Aldeanern damit, dass die Kinder eben noch nicht so schnell ihre Herkunft vergessen haben, ihre wahren Eltern vergessen haben, ihre wahre Heimat vergessen haben. Und dieser Wesley Crusher gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Er ist auch etwas sehr gefasst, das muss man auch sagen, aber trotzdem deutlich erträglicher. Ich finde es auch sehr schön, wie er der Alexandra das erklärt, weil die das erst mal überhaupt nicht versteht, warum die nichts essen soll jetzt. Und er ihr dann ganz leicht erklärt, wir müssen, du möchtest halt zurück und deswegen müssen wir das jetzt hier machen. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Ja, aber auch die Beverly wird mal ein bisschen rehabilitiert, denn sie hat noch mehr herausgefunden hier. Denn sie hat herausgefunden, dass die zerstörte Ozonschicht des Planeten die Ursache des ganzen Problems ist. Und auch die Erde im 21. Jahrhundert hatte genau dasselbe Problem. Tja, Simon, das dachte man damals noch, dass die Ozonschicht das Ding ist. Das ist richtig, ja. Und nicht womöglich die CO2-Konzentration. Damals haben viele an einem Strang gezogen, erinnerst du dich? Als FCKW, als man versucht hatte, so oft es geht auf FCKW, also Fluorchlor-Kohlenwasserstoff, das glaube ich, zu verzichten. Und das hat ja dann tatsächlich, ich bin jetzt auch kein Experte drin, aber es hat ja tatsächlich auch gefruchtet. Ja, also dieses Ozonloch hat sich ja wieder zumindest zum Teil geschlossen. Oder ist rückläufig einfach. Ich weiß nicht, ob es komplett so ist, so gut kenne ich mich nicht aus. Aber heute haben wir ja immer ganz andere Probleme. Ja, wäre schön, wenn wir uns mal wieder daran erinnern könnten, dass das mit dem FCKW schon gut geklappt hat und dass wir jetzt irgendwie uns alle mal was zum Thema CO2 überlegen müssen. Was womöglich ein bisschen schwieriger ist, als einfach ein anderes Mittelchen in die Spray-Dinger da reinzutun. Aber naja. Heute bräuchten wir mal so ein Ozonloch, dass man mal Bedarf aufmachen kann, damit wir mal ein bisschen auslüften, den ganzen Dreck, der sich so über die Erde legt. Und von daher, ja, das ist auch so ein Kind seiner Zeit, diese Ozonloch-Geschichte einfach. Kann mich noch gut daran erinnern. Ja, es ist eine Umweltgeschichte, die wir hier hören, aber sie ist auch irgendwie angenehm anachronistisch einfach. Richtig. Aber Beverly berichtet auch, dass die Strahlenschäden, die da jetzt angerichtet wurden, dass die durchaus reversibel sind. Also sie hat sich da auch schon überlegt, wie sie das Ganze reparieren könnte, wenn man sie nur lässt. Und jetzt ist ja die Enterprise-Crew gewappnet genug, um sozusagen das Endspiel dieser Episode zu beginnen. Richtig. Data und Lovewatch haben die Köpfe zusammengesteckt, haben eine Möglichkeit gefunden, wie man jemanden auf dem Planeten kriegt, ohne, dass es der Radu mitbekommt. Immer wenn der Radu jemanden runterholt, dann ist kurz mal ein Loch in diesem Schild, der den Planeten umgibt. Und dann kann man ja in der Zeit, wo Picard und Crusher runtergebeamt werden von Radu, um die Verhandlungen fortzuführen, könnte man ja jemand anderen runterbeamen, und zwar in die Nähe dieses Computers. Und so wird's gemacht. Jean und Beverly werden runtergebeamt, um die Verhandlungen fortzusetzen. Und währenddessen lassen sich durch diese kleine Fluktuation im Schild Data und Riker heimlich mit runterbeamen zum Custodian. Und die legen dann da auch gleich Hand an. Genau. Also es geht direkt an diesen Computer. Da wird gar nicht, ja, wie du sagst, ist super. Da wird gar nicht mit dem Computer jetzt argumentiert, wo man ja fast denkt, jetzt, oh Gott, jetzt beginnt so ein Dialog mit diesem Computer. Man kann ja mit dem sprechen. So eine Data geht da einfach ganz leidenschaftslos hin, ja, wie so ein Arzt. Ja, ja, ich kann das Ding hier schon irgendwie lahmlegen. Ich überlasse das jetzt oder so und fängt da an, rumzuverwerken an dem Teil. Finde ich schön. Ist eine gute Abwechslung. Data, what are you doing? Aber das bekommen wir alles nicht mit, was er da macht, den ganzen Hokus-Pokus. Ja, der Computer ist ja auch nicht intelligent. Besonders intelligent zumindest. Zumindest wird er uns so nicht verkauft. Ja, der antwortet ja einfach auf Fragen. Wenn ich mit meinem Google-Dings rede hier, dann sagt er mir ja auch irgendwas. Meistens nicht das, was ich wissen will, aber schon manchmal auch nützliche Dinge. Jetzt möchte Crusher den Radu überzeugen und sagt ihm auch, was da Sache ist. Man steht in diesem Ratsraum wieder. Freunde, der Grund für eure Unfruchtbarkeit ist tatsächlich euer System hier, euer Schild, eure Cloak, die ihr da habt, eure Tarnverrichtung, denn das vernichtet eure Ozonschicht. Wir kennen das auf der Erde und deswegen seid ihr unfruchtbar. Das ist eine der Probleme, die ihr habt. Ihr habt zahlreiche Probleme, aber das ist jetzt das neueste Problem, dass ihr altunfruchtbar werdet und die Kinder, egal ob die jetzt hierbleiben oder nicht, wenn die Kinder hierbleiben, dann werden sie auch unfruchtbar. Die Kinder sind keine Lösung für euch. Ja, und Radu will das natürlich erst mal nicht glauben. Ja, ein Schauspieler, der wie ein Christopher Lloyd oder wie ein Ricardo Montalban dann da eingestellt gewesen wäre oder ein Lutan, ja, der hätte jetzt gerufen, Lügen, so ein Quatsch, aber Jerry Harden ist genau der Richtige für die Rolle, weil der sagt einfach so, mein Zitat der Woche, der sagt einfach nur ganz leise, Das ist dieses, nee, nee, Lügenpresse hier. Sehr zeitgemäß auch heute, was er da so, wie er da so mauert und reaktionär ist. Super realistisch, ja. Also so sind ja so Leute, die einfach ihre Entscheidung getroffen haben und die nicht mehr empfänglich sind für Argumente, egal wie gut diese Argumente sind, oder wie gut du die beweisen kannst. Dem ist das völlig egal, der ist total verblendet. Und der ahnt vielleicht im Inneren auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn das jetzt wirklich stimmt? Dann ist das ja alles, was ich hier gemacht habe, ist ja eine gigantische Lüge. Oh Gott, da muss ich meine Existenz in diesem Moment infrage stellen und sowas. Das tobt schon in dem. Und das will er gar nicht an die Oberfläche lassen. Und deswegen sagt er, nee, 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 das kann nicht sein. Obwohl er eigentlich schon weiß, dass es so ist. Aber er will es nicht wahrhaben. Und ja, da braucht es einen Schauspieler vom Format eines Jerry Harden, der das halt auch so spielen kann. Ja, also schön. Wirklich schön. Aber er ist nicht der einzige Schauspieler, der sich in dieser Folge richtig verausgabt. Denn zwischendurch wurde auch mal der Jean zu den Kindern geschickt, um da irgendwie diesen Streik zu beenden. Er hat gesagt, ich komme mal, ich komme damit nicht klar, hole die mal ab. Und da schickt er natürlich genau den Richtigen, ja. Der guckt ja schon genervt, als er das gesagt kriegt und denkt so, ach nee, Kinder. Und dann sammelt er die so ein und holt die ab und nimmt auch die Alexandra auf dem Arm. Aber der Picard, der ist da so, der ist wie ein Surfbrett da in dem Moment, ja. Ja, so bewegsam und so, 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 so nahbar. Es ist herrlich, wie er so mega uncomfortable spielt, als er mit den Kindern konfrontiert ist. Wir wissen das ja auch über ihn, aber er spielt es einfach fantastisch. Ist doch einfach eine tolle Idee, so einen Charakter zu haben. Das haben wir ja schon gesagt in Encounter, der einfach mal Kinder nicht mag. Ja, das ist, oder nicht mit ihnen klarkommt. Ja, also ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass er die, dass er die hasst oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Aber der kommt ja einfach mit Kindern nicht klar. Das ist einfach nicht seine Welt und das ist schön, so einen Charakter auch mal zu sehen. Ja, aber er, wie gesagt, er, er sagt ihr, ihr seid ganz toll, ihr seid, ne, das sagt er, glaube ich, später, weiß ich nicht mehr, dass er die noch lobt und sowas. Aber der Groschen ist bei Picard gefallen, ja. Der geht jetzt einfach zurück. Der hat auch die Faxendicke jetzt, ja. Das ist zu viel Schwachsinn für Picard. Picard weiß auch, er muss jetzt einfach mal den Radu konfrontieren. Einfach konfrontieren. Der muss den jetzt knacken. Und er sagt ihm einfach, hier sind die Kinder. Wir lassen die Kinder nicht hier. Wir gehen jetzt. Tschüss. Wer hier ja viel dazu beiträgt, den Radu umzustimmen, ist Rachella. Die ist mit Alexandra eine Bindung eingegangen, hat dadurch irgendwie Empathie und Einsicht gewonnen und sie sagt, Vater, höre dem Picard zu. Denn vielleicht ist das, was uns diese wunderbare Welt gegeben hat, verantwortlich für die Tragödie, der wir uns heute ausgesetzt fühlen. Da blockt der Radu zwar immer noch, aber er blockt weniger. Du merkst, er sieht jetzt wirklich seine Fälle komplett wegschwimmen. Es bröckelt total. Und in dem Moment, wo er feststellt, er kann jetzt nicht mehr sein tolles Kastodien-Armband bedienen, weil Riker nämlich und Data Erfolg hatten, in dem Moment ist dann auch die Geiselnahme beendet. Und da ist klar, okay, die haben recht, wir ergeben uns jetzt, die Geiselnahme ist vorbei. Genau. Computer ist lahmgelegt, sein Toolset funktioniert nicht mehr, Schluss und Feierabend. Er sagt auch, ihr habt uns vernichtet. Ja, sagt er auch, ihr habt uns vernichtet, der Radu. Noch so ein geiles Zitat, ne? You have destroyed us. Noch so ein geiles Zitat, ja. Wieder den Spiel, das ist mega. Super, ja. Picard verliert keine Zeit, beamt die Kinder hoch, ja. Das ist jetzt erstmal, die ihnen Sicherheit bringen, was ich auch schön finde, ja, dass die da nicht noch da rumstehen. Harry sagt tatsächlich, beweist noch die Größe seinem Adoptivvater oder seinem Entführer vielmehr, sich von dem zu verabschieden. Macht's gut. Und der ist auch, tatsächlich merkt man auch, die ist halt auch sehr berührt, ja. Die fühlen sich, glaube ich, jetzt ziemlich scheiße, weil in diesem Moment, glaube ich, allen klar wird, wie so ein, was machen wir eigentlich? Sind wir völlig wahnsinnig geworden? Sind wir völlig verrückt geworden? Was tun wir hier? Picard aber beweist die Größe auf dieses Radu. Ja, tut uns zerstört. Quatsch, wir helfen euch. Wir können euch helfen. So, und dann öffnen wir mal die Tür in Oz. Fantastisch. Man öffnet so eine Tür und sieht dahinter diesen spektakulären Reaktorkern, die Quelle ihrer Macht und ihrer Probleme. Und da kann man mal sehen, was man auch mit wenig Geld machen kann. Also, das Geld war alle, als sie diese Folge gemacht haben. Und man ging auf Mike Okuda zu, den großen Graphic Designer, und hat ihm gesagt, wir brauchen einen Computerreaktor. Er darf 3000 Dollar kosten. Was nichts ist. Nichts. Für so ein Set-Prop, das gut aussehen soll in einer Science-Fiction-Serie. So ist es. Also hat er eine Leuchtstoffröhre genommen, hat die so rot ummantelt, dass da so ein Muster durchleuchtet, und hat darum dann noch so einen zweiten Mantel gebaut, aus Modellbauset-Gittern. Und da war unter anderem so eine Startrampe von einem Space Shuttle, war dann dabei, und von irgendwelchen Panzern, die man bauen konnte. Aber er hat auch Reste verwendet und verwertet, nämlich das Raum-Dock aus dem ersten Kinofilm, wo die Enterprise drin hängt und wo der Scotty und der Kirk schön drumherum fliegen, das ist ja auch so eine Art Gerippe, hat er auch genommen, auseinandergerupft und da drumherum gesteckt. Und dann haben sie dieses Ding, was an sich ein bisschen billig aussah, nicht einfach gefilmt, sondern als hinterleuchtete, dramatische Silhouette, die sich so ein bisschen dreht, abgefilmt. Und das wirkt so super. Sieht auch riesig aus. Die haben da unten die kleine Tür, die sich öffnet, da kommen die kleinen Männekes rein, und das haben sie einfach zu einem fantastischen Effekt für sehr, sehr wenig Geld gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, aber das Ding muss ausgeschaltet werden. Radu ist jetzt auch mittlerweile einsichtig, sagt auch, ja, wir müssen halt jetzt irgendwie versuchen, hier klarzukommen, ohne diesen Computer, der irgendwie alles für uns macht. Das ist übrigens ein Teil der Handlung, der so ein bisschen im Hintergrund geblieben ist. Wie die genau mit diesem Computer interagieren und was der genau für die macht und wie da die Gesetzmäßigkeiten sind, das erfahren wir hier gar nicht so richtig. Aber Picard sagt, wir helfen euch. Das findet Radu, glaube ich, auch ganz gut. Und jetzt wird mal eben schnell die Ozonschicht repariert. Fertig. Crusher wird sicherlich, wird sie behandeln. Ich glaube, wir sind dann jetzt auch wieder auf der Enterprise, wo die Crusher dann am Ende so sagten, das klappt alles ganz gut. Ich habe denen mal ein bisschen, ich habe denen mal wieder ein bisschen fit gespritzt. Ja, und die haben jetzt auch viel mehr Hunger, viel mehr Essen und die werden da gleich bald richtig loslegen und die Geburtenrate wieder drastisch erhöhen. Und sie müssen jetzt natürlich dauerhaft ihre Tarnvorrichtung abschalten, damit es auch so bleibt, wie es jetzt ist. Unterm Strich heißt das, und das finde ich, ist eine interessante Star Trek Aussage wieder, du musst an der Gemeinschaft teilnehmen, du musst an der galaktischen Gemeinschaft teilnehmen, du darfst dich nicht isolieren. Wenn du dich isolierst, dann stirbst du. Und das, finde ich, ist auch eine interessante Message, die hier rübergebracht wird. Und so heißt es dann, ja, jetzt sind sie da, die Legende wird sterben, aber das Volk wird leben. Ja, am Ende hagelt es links und rechts wunderschöne Star Trek-Aphorismen, möchte ich sagen. Ja, ein Happy End, das gar nicht so sehr zur Folge passen will, zu der düsteren Folge. Aber klar, es ist ein Happy End. Es gibt dann auch noch ein Bon-Mont auf der Brücke, ganz am Ende, kommen die Kinder vorbei. PK sieht das. Wesley! Ruft er dann so. Ja. Weil Wesley nämlich die Alexandra auf die Brücke bringt. Und sie möchte sich nochmal bei PK bedanken, der natürlich wieder stocksteif sich so auf ihr Level runterkniet. Ja, dann umarmt sie ihn kurz und alle finden das so putzig und lustig, wie der Käpt'n das macht. Und dann dreht er sie nach oben und hat irgendwie, weiß ich nicht, scheint die ein Kuscheltier aus Klett zu haben oder sowas, weil das bleibt an PKs Uniform irgendwie kleben. So ein Wuschel. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Tribble. Das ist auch ein Spielzeug-Tribble. Ja, ein Spielzeug-Tribble und alle. Und die Folge ist vorbei. Ja. Es kommt die Next-Generation-Comedy-Musik an der Stelle. Also nicht Sondern Die kommt und dann ist es ja vor Binsky. Dann ist der Ast endlich gebrochen. Ja. Ja, Sebastian. When the bow breaks. Was sagst du? Was sag ich? Ich weiß ja, dass das eine Folge ist, die nicht besonders beliebt ist in manchen Fankreisen, weil es immer heißt ach, das ist so eine Kinderfolge. Und ich denke mir immer, ja, wieso sind Kinderfolgen automatisch schlecht? Das ist so ein Ding, was mich, das ist so eine Grundhaltung, die mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt und auch anfrisst. Amen. Ja. Also man kann auch Folgen mit Kindern machen, die funktionieren und irgendwie unterhalten. Übrigens, das habe ich überhaupt noch nicht gesagt, ne? Die drei Kinder, die nichts sagen die ganze Folge über, das sind zwei Geschwister von Will Wheaton und die Tochter von Michael Westmore, dem Make-up-Futzi. Aber die haben keine Namen und die sagen auch nichts. Naja, egal. Wir sind ja beim Fazit und nicht bei einer Trivia. Und ja, was wir hier haben ist so eine Geschichte, so eine Umweltgeschichte von einem Planeten, der sich verrannt hat, der dekadent geworden ist, der vergessen hat, wie Technik funktioniert, der vergessen hat, wie man sich um sich selbst kümmert, was man tun muss, um zu überleben und die von der Enterprise-Crew so eingenordet werden müssen. Und die aber dann auch als Twist, damit es nicht einfach nur diese einfache Geschichte ist, die ich gerade umrissen habe, diese Geiselnahme stattfinden lassen. Ja, sie lassen sich aus ihrer Ausweglosigkeit zu einer Verzweiflungstat hinreißen, die irgendwie aufgelöst werden muss. Und die wird dadurch aufgelöst, dass alle, die daran beteiligt sind, höchst kompetent sind. Allen voran Wesley und seine Mutter, über die wir schon lange genug gemeckert haben, aber diesmal sind sie echt gut vorne mit dabei. Und wir bekommen aber auch sehr, sehr plausibel dargestellt, wie so eine verzweifelte Gesellschaft langsam aber sicher sich doch ihren Realitäten stellen muss. Und durch das kluge und wohlüberlegte Handeln unserer Helden davon überzeugt wird, ja, vielleicht haben die ja recht und vielleicht muss was gemacht werden. Und am Ende wird natürlich eine viel zu gute und eine viel zu bunte und rote Schleife um alles gezogen, als sie es dann tun. Haben wir ja alles schon gesagt. Aber trotzdem ist das für mich eine gute Idee. Sie ist fantastisch gespielt. Es ist alles sehr, sehr Star Trek-ig und irgendwie, auch wenn das nicht die spektakulärste aller Folgen ist und auch wenn das Ende sehr, sehr absehbar ist, habe ich das Gefühl, da greifen alle Zahnräder doch ineinander. Ja, es ist für mich jetzt kein All-Time-Klassik oder so, dass ich sagen würde, ja, aber so eine absolute Spitzenfolge, dazu fehlt auch das gewisse Etwas. Aber es wäre auch sehr unfair von mir, wenn ich nicht einfach sagen würde, das war eine sehr, sehr, sehr solide Star Trek-ige Folge, der ich einfach mal ohne große Vorbehalte den Daumen nach oben geben kann. Ja. So, und jetzt bist du dran. Ja, also ich habe da echt nicht viel hinzuzufügen. Du hast eigentlich alles Wichtige gesagt. Bonus für mich bei der Folge, Wessi nervt nicht. Ja, du sagst genau das Richtige, also das ist, Stranger Things ist so ein Beispiel und so, dass Serien mit Kindern oder auch Filme mit Kindern als Hauptdarstellern super funktionieren können. Ja, das muss man glaube ich nie extra erwähnen. Wichtig ist, dass die Kinder glaubwürdig sind, dass sie nicht nervig sind. Ja, dass sie halt wie Kinder sind einfach. Wie Kinder sich so verhalten oder halt einfach cool sind und lustig sind. Ja, das ist hier beides, nicht beides, sondern das Erste ist gegeben. Cool ist da nicht wirklich jemand, aber sie nerven halt nicht und für mich funktioniert das Ganze auch. Dank der guten Darstellung von Jerry Harden. Ich finde diese Düsternheit in der Folge, finde ich, ich mag düstere Sachen durchaus, finde ich sehr gut. Das hat mich, das ist ein großes Thema gewesen, was da angesprochen wurde. Hat auch noch weitere Implikationen, die man jetzt nicht beleuchtet hat. Ja, also dieses Thema, wir können keine Kinder kriegen, deswegen entreiße ich ein Kind aus einer anderen Umgebung. Ja, das ist ja ein hartes, sehr, sehr schwieriges Thema. Das hätte man, da hätte man auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen können, theoretisch, aber trotzdem werden viele Punkte hier behutsam beleuchtet, die sowas mit sich bringt, was das auch in den Kindern auslöst und das hat mir alles sehr gut gefallen. Den Rest hast du schon wunderbar auf den Punkt gebracht und deswegen von mir geht auch der Daumen nach oben. Es ist keine, kein Hit, kein Mega-Hit, das kann man auch sagen, da gibt es deutlich, nochmal deutlich stärkere Folgen, aber für die erste Staffel sehr ordentliche Vorstellung. Ja. Hatte ich auch andere Erinnerungen, muss ich sagen, habe ich irgendwie, habe mich das letzte Mal nicht so geflasht, als ich die Folge gesehen habe. Ich weiß, dass ich die als junger Jugendlicher irgendwie mochte und öfters mal geguckt habe. Später bin ich dann nicht so oft zu ihr zurückgegangen, aber heute merke ich, ja, da war ich irgendwie auf dem richtigen Dampfer, vielleicht. Aber Simon, was knöpfen wir uns denn nächste Woche vor? Denn unser kleiner Podcast-Dampfer, der tuckert ja munter weiter. Bei welcher Episode sind wir denn nächste Woche angekommen? Ja, nächste Woche wartet Homesoil auf uns. Die heißt auf Deutsch, Sebastian, wie? Ein Planet wehrt sich. Und ich greife nur ungern vor, aber ich mag sagen, dass dieser Titel A, zu viel verrät und B, falsch ist. Aber warum das so ist, das hören wir dann nächste Woche. Ja. Ach, ein paar schöne Folgen haben wir noch vor uns. Wenn ich mir das hier mal so anschaue, was da noch auf uns wartet. Mal sehen, ob Homesoil eine davon ist. Wir sind ja wirklich schon wieder, wir gehen ja schon hier in den Herbst der ersten Staffel. Ja. Wahnsinn. Sie hat doch gerade erst angefangen. Sie hat doch gerade erst angefangen. Wahnsinn, ja. Das ist auch Too Short a Season. Richtig. Too Short a Season, ja. Wir haben aber danach noch sechs und noch diverse andere Serien, die sich irgendwann mal dazu mogeln. Eine zumindest, das dauert aber noch eine ganze, ganze Weile. Ja, ihr Lieben da draußen, vielen Dank, wie immer, für euer Zuhören. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein paar schöne anderthalb Stündchen oder wie lang ist immer wieder ungefähr um den Dreh machen. Ein bisschen Eskapismus, wo man mit muss und Sebastian. und Sebastian. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre jetzt besser auf, bevor ich hier noch so, noch weiter mich im Kopf und Kragen rede, mal wieder. Warum heißt Star Trek auf Deutsch nicht so, Simon? Eskapismus, wo man mit muss. Toll. Nee, Simon, da ist ja wieder ein Bonmot auch gelungen, muss ich mal so sagen. Ein Bonmot. Mhm. Ja. Bon, Bon, Bon. Ja, ihr lieben Freundinnen und Freunde, tut das, was ihr wollt, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt. Sprich, kommentiert, tretet mit uns in Kontakt und bewertet uns, wenn ihr das möchtet. Die üblichen Kanäle, unsere Homepage oder aber auch Apple Podcasts oder aber auch Twitter und Facebook. Da sind wir relativ einfach zu finden. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf nächste Woche. Und Simon? Jo. Ich danke dir dafür, dass wir uns mal Sorgen um die Aldianer gemacht haben diese Woche. Das war cool. Danke. Tschüss Sebastian. Tschüss liebe Zuhörer. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.